Seit dem Jahr 2013 dürfen wir auch ein deutliches Wachstum an unserer Tankstelle erleben. Das ist sicher zurückzuführen, dass es sogar daran bestrebt ist, eine Premium-Marke zu sein, dass sich die Kunden wohl fühlen und dass wir ein breit gefächertes Netz an der Tankstelle haben. Es gibt auch sehr viel Werbematerial, das wir zur Verfügung gestellt haben. Wir sind auch von Anfang an in Sachen Werbung unterstützt worden und auch in Sachen Aktionen, Bensin-Aktionen. Wir haben einen sehr guten Eindruck über die Firma. Das ist ein innovatives, dynamisches Unternehmen. Das sind kurze Entscheidungswege. Ich bin wirklich total happy. Partnerschaften können nicht besser sein. Das ist heute eigentlich eine Schweizer Marke für mich. Mit der Direktion von Socar in Svizzera finden wir uns sehr gut. Sie verhindern sehr die persönliche Relationen mit ihren eigenen Gestern. Heute sind wir noch überzeugt, dass Socar die beste Wahl für unsere Unternehmen war. Das Team ist toll. Bis zu den Chefs stehen alle hinter dieser Marke. Das Team ist da, wenn man es braucht. Darum würde ich auch raten, sofort zu Socar zu wechseln. Aber es kann nicht werden, ohne dass wir die dele nicht verkündigen. Statt zu uns sehr gut, wie es wurde. Dramatische Klänge Wir haben keine Zeit nach. Vielen Dank.